Also was sagst, es ist nicht alles passiert. Ich fahre jetzt mit dem Zug auf Osaka, wo wir uns erspielen. Wir haben vorhin in Osaka im Namba Melee gespielt und nachher sind wir mit uns mit Dead Vikings. Mega fett, wo sie viel essen. Es ist der dritte Tag heute, Samstag. Wir spielen in dieser Arcade, die einen Kilometer lang ist. Es ist die längste von ganz Japan. Es sieht super geil aus, es hat super geiles Zeug. Es hat einfach mega blinkt. Wir werden heute spielen. Es heisst Paradise. Wir zeigen euch, dass wir ihn noch haben. Es ist winzig und es ist ein geiler Punk-Schuppe. Und wir freuen uns darauf, es zu spielen, weil wir mögen so. Wir freuen uns darauf, dass wir uns auf jeden Fall sind. Ich bin schon auf jeden Fall. Nachher kommt. Ich bin schon auf jeden Fall. Oh, shit! Wir sind in Kyoto. Heute haben wir ein bisschen touristisches Zeug gemacht. Wir waren in einem Zen-Tempel. Wir sind mega komisch gegessen bei Chinesen. Es war mega fein. Trotz allem, dass wir nicht gewusst haben, was wir bestellt haben. Und... Jetzt gehen wir nach Hause! 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 Jetzt gehen wir nicht nach Hause! Nein, wir nehmen halt das Doppelzimmer. Schöne zusammen, wir sind gerade in Tokio angekommen. Ich hoffe, wir finden unseren Weg. Hier ist es gerade schon angeschrieben. Von daher glauben wir, dass wir jetzt ein Glück werden finden. Aber ja, wir schauen, was jetzt passiert. Wir sind in Tokio. Wir haben gerade eine geile Show gespielt. Und jetzt gehen wir nach After-Show-Party. Wir haben den Karo-Ka-Hawku. Wir sind in der Karo-Ka-Hawku. Wir sind in der Karo-Ka-Hawku. Wir gehen jetzt an, dass wir hier ein Buf kommen und singen. Das ist mega gut. Kommt ihr mit? Kommt ihr mit! Kommt ihr mit? A-O! Let's go! A-O! Let's go! A-O! Let's go! A-O! They're foaming at the straight line. They're going through the sideline. They're going through the sideline. The kids are losing their minds. The brain screams pop! They're finally in the back seat. They're trying to really see me. They're training to the back beat. The brain screams pop! A-O! A-O! Let's go! Shoot them in the back!